Sooo, zzzz meine Lieben, jetzt geht's zum Workout Nummer 3 und hier geht's weniger um den Schaft, weniger um Spaß, sondern mehr um den Stress, meine Nigga, wir hornet euch zusammen. Let's go. Sehr gut, und jetzt nach rechts, 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 rechts. Nach hinten. Matthias,न decided. Get started. Front. Front. Satisfas? Habt ihr Spaß? Ja, ja, ja! Nur euer Umstrich! Achtung, gekreuzt! Step! Step! Back! Back! Step! Step! Back! Back! Weekend! Oh! Oh! Oh, novamente! Oh! Und zurück! Kalk 8 Okay, yeah, go. Yo, Jussi. Wow, wow, wow. Ich könnte noch weitermachen. Wenn ihr noch weitermachen wollt, einfach zum Anfang zurückspulen und nochmal reingehauen. Viel Spaß. Das war's.